Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Edlers Vibe mit dem Manu zusammen. Hallo. Ja, dem Reaction-Kanal und zwar wir sind heute beim Lohnunternehmen, also wir sind heute bei Landtechnik-Videos. Link in der Videobeschreibung, könnt ihr direkt mal vorbeischauen, immer supergeile Videos dort am Start. Däumchen nicht vergessen. Heute steht an Lohnunternehmen Henke, Frühjahrsarbeiten, Düngung und Aussaat. Wir haben tatsächlich den Teil 5, der kam nämlich jetzt erst raus. Das hatten wir angeschaut, haben wir auch angefragt, vielen Dank, dass wir das anschauen dürfen. Und wollten aber ganz gerne diese Reihe komplementieren, indem wir von Anfang Teil 1 bis 4 noch schauen. Also ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf und der ist jetzt schon zwei Jahre alt tatsächlich, aber ich glaube trotzdem geil anzuschauen. Vor allen Dingen ist auch schön, wie sich das so über die Zeit entwickelt. Deswegen schau ich persönlich, also ich persönlich auch immer gerne mal ältere Videos aus der Landwirtschaft. Auf geht's! So. L.O. Henke Im Landkreis Diepholz hat das Lohnunternehmen Henke seinen Standort. Schon seit 50 Jahren ist der Betrieb von hier aus als Dienstleister für die Agrarbetriebe der Region tätig. Das Lohnunternehmen beschäftigt heute 30 festangestellte Mitarbeiter und ist Ausbildungsbetrieb zur Fachkraft Agrarservice. Für diesen YouTube-Kurzfilm haben wir dem Team Henke bei einigen Frühjahrsarbeiten über die Schultern geschaut. Für die Organisation und Umsetzung einigen... Oh, Agrar-Track. Ist immer wieder, ist immer wieder ein Fest für die Augen, muss ich ehrlich sagen. Weil er so breit ist, ne? So, weiß ich nicht. Ja, weil dieser Agrar-Track einfach auch, der sieht, diese ganze Kombination... Für diesen YouTube-Kurzfilm haben wir auch wieder im Bratkasten rauskommt, so. Diese Bratkasten-Verbreiterung hier, diese enormen, diese fetten Reifen, oh, das ist einfach, es ist einfach so ein... Keine Ahnung, der schreit einfach so von der Optik danach so, wo ist der Acker? Wo ist der Acker? Lass mich drauf. Und Umsetzung einiger Abschnitte dieser Produktion haben wir Unterstützung vom Pumpen- und Gestängehersteller Vogels... Ohi. Tschüss. Das ist eine Pirovitron oder, äh, wie heißen die? Äh. ...lang bekommen. Da musst du, glaube ich, alles selber machen. Wenn da kein Gas gibt, fährt die einfach vom Himmel. Heißen die Pio? Heißen die Pio-Wi-Drohnen? Wie heißen die? Oder Pio-Wi? Ne, nicht P-O-Wi. V-O-Wi. Ach, scheiße. Ich weiß nicht. Und werden vor allem bei jenen Aufträgen eingesetzt, bei denen die Gülle-Ausbringung in einer Überfahrt mit der Bodenbearbeitung stattfindet. Die Gülle-Technik ist halt immer so gigantisch, weil du auch immer mit sehr, sehr viel Gewicht arbeitest, ne? Mhm. Also das ist immer... Die Maschinen sind immer sehr, sehr schwer und deswegen diese riesen Reifen, die da drauf sind. Das sind... Sieht einfach immer gigantisch aus. Hier haben wir einen der seltenen Aufträge abgepasst, bei dem beide Vredos gleichzeitig für einen Kunden arbeiten. Oh, auch schön. Vredo. Brauchst du aber, wenn du zwei so eine Dinge auf dem Feld beschäftigst, möchtest du aber auch einen guten Nachschub bringen, ne? Ja, aber waren ja einige LKWs dort gestanden. Ja, ja. Weil Gülle geht natürlich sportlich raus. Geil. Cool. Jeder der beiden 450 PS starken Selbstfahrer kann pro Stunde etwa 120 Kubikmeter ausbringen. Um immer genügend Nachschub am Feldrand zur Verfügung zu haben, kommen bis zu einer hohe Feldentfernung von 15 Kilometern die MAN Agro-Trucks zur Verwendung. Oh. Und da ist das Ding. Was hat er gesagt? 120 Kubikmeter. Bei 120 Kubikmetern. Willst du jetzt lügen? Seit 2012 gibt es die Plotte dieser Zubring-LKWs auf sechs Fahrzeuge angewachsen. In die Tankauflieger passen 25 Kubikmeter. Hä? Bin ich geil? 25 Kubikmeter, 120, also fünf LKWs müssen in der Stunde nur allein Gülle dorthin bringen. Pro Stunde, pro Dings. Sechs haben sie, oder? Sechs haben sie, ja. Ja, bist du am Dauerfahren. Reimpumpen und ab aufs Feld, leerpumpen, reinpumpen, leerpumpen, reinpumpen, leerpumpen. Während der Maisernte sind die 400 bis 450 PS starken Zugmaschinen mit Kippmulden bzw. Abschiebewagen ebenfalls in die Transportlogistik integriert. Henke rechnet den Trucks eine Effizienzsteigerung der Gülle-Selbstfahrer in Höhe von 15 Prozent zu. Okay, krass. 15 Prozent Effizienzsteigerung. Oh, nicht schlecht. Ich würde mir interessieren, das ist auch krass, dass das so funktioniert, einfach mit diesem Raussaugen. Unterdrücken, ja. Die Gülleausbringung findet mittels RTK-Satellitenspurführung zentimetergenau statt. Das Ziel bei der Arbeit mit den X-Til-Streifenbearbeitungsgeräten von Vogelsang ist es, die Gärreste exakt dort zu platzieren, wo die Nährstoffe auch später von der Pflanzenwurzel benötigt werden. Wie das funktioniert, schauen wir uns ein paar Kilometer entfernt an. Ah, es ist schon wirklich cool, ey, muss man schon sagen. Feine Sache, ey. Ist ja auch wirklich, ist ja auch neue Technik heute noch, ne? Hier ist Mitarbeiter Hansel mit dem Fendt 8... Die waren aber ganz neu, oder? Die haben noch nicht viel Acker gesehen. Ne, die sahen sehr frisch aus. ...und zwar in Sigvario und Maistrille tätig. Die Gärreste sind mit dem X-Til-Gerät auf einer Tiefe von 12 bis 15 Zentimetern streifenweise unterirdisch eingebracht worden. Die Bearbeitung fand auf 26 Zentimetern Tiefe statt. Die Horsch Maestro 8RC arbeitet genauso wie das X-Til-Gerät mit einem Reihenabstand von 75 Zentimetern. Die gefahrenen und aufgezeichneten Spurlinien des Fredo wurden per USB-Datenstick in das Terminal des 828 Vario 1. Da liegen die Körner. Die Saadrille wird so direkt oberhalb des Güllebands angelegt. Ach, da ist das Gülleband. Ist ja krass, oder? Ach, so tief geht das. Das ist ja heftig. Auch größere Mengen Kunstdünger können eingespart und in diesem Fall durch ein Mikrogranulat ersetzt werden, welches direkt mit in die Saadrille eingebracht wird. Ein weiterer großer Vorteil der Streifenbearbeitung ist der Erosionsschutz. Denn das Bodengefüge wird nur dort intensiv bearbeitet, wo die Lockerung für die Pflanzenwurzeln notwendig ist. Jörg Henke hat das Lohnunternehmen von seinen Eltern übernommen und führt es derzeit zusammen mit seiner Frau Maren. Aber auch die dritte Generation steht bereits in den Startlöchern. So unterstützt Tochter Alina beispielsweise in der Disposition. Der Fuhrpark des Lohnunternehmens Henke umfasst unter anderem 27 Traktoren, 12 Mähdrescher und 9 Feldhäcksler. Auf sieben gezogene Güllefässer kommen bei Henke zum Einsatz. Darunter dieses Gespann eines Klaas Axion 950 mit 26 Kubikmeter Fass von Meierlohne. Das Fass wurde gebraucht angeschafft und verfügt über ein 30 Meter Schleppschuhgestänge von Vogelsang. Das ist doch Wahnsinn, ne? Das Lohnunternehmen Henkel bringt... Guck doch mal, wenn du die Maschine betrachtest, das eine, aber guck dir mal hier hinten auf dem Feld. Einfach diese gigantische Breite an, die der mit Eimer zieht, ne? Das ist, ey, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und wenn du das gesamte Feld siehst, wie schnell hast du dann Gülle ausgebracht auf so einem Feld, ne? Ne. Das bringt im Jahr rund 350.000 Kubikmeter Gülle und Gärreste aus. 350.000 Kubikmeter. Selbstfahrern stehen auch noch ein Xerion 3800 und ein Terragator bereit. Weißt du, was ich bei... Zwei Drittel werden, wie hier zu sehen, mit dem Schleppschuh- oder Schleppschlauchverfahren ausgebracht. Ein Drittel wird mit der Scheibenegge, Grubber oder der Strip-Till-Technik von Vogelsang direkt eingearbeitet. Oh, krass. Weißt du, was ich immer krass finde? Was für mich immer so schwer vorstellbar ist. Dass die Kühe so viel scheißen. Wo kommt diese ganze Gülle her? Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, weil es ist ja... Die laufen ja quasi den ganzen Tag aus, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Jetzt geht's gerade los, die Eimer entstattet. Ebenfalls beim Düngen der Felder haben wir den neuen Streuer von Rauch erwischt. Kunstdünger lässt sich mit dem Axis-H sehr exakt und nach Kundenwunsch verteilen. Viele Landwirte übermitteln für diese Dienstleistung genauso wie für das Miststreuen oder die Gülle aus... Ist aber schon der Nachfolger vom Favorit. Ist schon der mit der runden Schnauze vorne. Ja, aber den habe ich eben im True Farming 1 gerne gefahren. Ja, auch ein sehr schöner Traktor. ...genauso wie für das Miststreuen oder die Gülleausbringung Ertragskarten, aus denen hervorgeht, wo auf ihren Feldern mehr Dünger benötigt wird... Das ist eh krass. ...automatisch werden die Ausbringmengen reguliert und die Nährstoffe optimal eingesetzt. Die Arbeitsbreite des Axis-H lässt sich zwischen 12 und 42... Und hier siehst du das schon, sogar hier diese Slow-Mo-Aufnahme. Guck dir das mal genau an. Guck dir mal den linken und den rechten an, wie die drehen. Siehst du, dass der linke viel schneller dreht? Und das ist krass. Also durch dieses GPS und diese... Wenn du an der Seite dann Dings bist, dann dreht einfach die eine Dings langsamer, streut nicht so weit sozusagen und exaktes Ausbringen. Das ist perfekt. Zwischen 12 und 42 Metern auch automatisch nach Ausbringkarte während der Arbeit verstellen. Selbstverständlich beherrscht der Rauchstreuer auch das exakte Grenzstreuen an Feldrändern. Genau, dieses Grenzstreuen. Also mega. Ja, weil der ist ja auch im Fluss. Kannst ja nicht das Zeug an einen hauen. Aber 42 Meter ist auch gigantisch, ne? Ja, wie weit die das feiern. Genau. Angebaut ist der Axis-H am Fendt 820 Vario. Der Schlepper ist zwar bereits 12 Jahre alt, wurde aber damals bereits mit Isobus bestellt. Bedient wird der Düngerstreuer über ein CCI-Terminal. Dieses wird später im Sommer auf einem anderen Traktor auch als Bedieneinheit für eine Krone BigPack verwendet. Ist auch geil, ne? Was das Terminal raus, im nächsten Rhein weiter geht. Auch richtig breites Schlappen drauf, ne? Ja. Für unser letztes Shooting begleiten wir die Kartoffel-Pflanzarbeiten. Sechs identisch ausgerüstete Kombinationen aus Fendt 724 Vario und Grimme GL 420 sind dafür unterwegs. Mit den geteilten Pflegebereifungen. 45% der deutschlandweit rund 250.000 Hektar Kartoffelflächen befinden sich in Niedersachsen. Krass! Das ist ja krass. Das Niedersachs ist so krass Kartoffel? Wusste ich auch nicht. Scholz gehört neben dem Emsland zu den wichtigen Anbaugebieten. Die Kundenaufträge beim Pflanzen bewegen sich für das Lohnunternehmen Henke in Größenordnungen zwischen 30 und 400 Hektar. Kartoffel. 400 Hektar Kartoffeln? 400 Hektar Tüften, ey. Ach du Scheiße. Aber Kartoffelfeld sieht immer so akkurat aus, ne? Ja, richtig sauber. Das hatten wir auf der Lüneburger Heide, da hast du ja auch viel Kartoffeln. Was haben die da für Tanks noch mit drauf? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber was sind das für Tanks da? Vielleicht werden die angefeuchtet oder so? Oder dass das einfach Wasser ist, dass die kurz angefeuchtet werden? Wegen der Keimung. Erfolg bei Kartoffeln hängt maßgeblich mit einer gut vorbereiteten Bodensstruktur zusammen. Nach einer tiefen Grundbodenbearbeitung wird... ...und beim Legen vorne am Traktor das Pflanzbett mit einer Kreiseleggen noch einmal feinkrümelig vorbereitet. Beizung des Pflanzguts erfolgt während des Fallens der Kollen in die Furche. Mit dieser Behandlung wird das Pflanzgut gegen Pilzbefall und vor Schädlingen geschützt. Pro Hektar werden 2,5 bis 3,5 Tonnen Pflanzgut benötigt. 2,5 bis 3,5 Tonnen pro Hektar. Und jetzt wäre ja echt mal interessant, was kommt runter? Sagt er bestimmt. Stimmt, ist 10-Fahrer. Das Team Henkel pflanzt im Frühjahr insgesamt rund 1200 Hektar Kartoffeln. Zur Ernte stehen gezogene Kartoffelroder und Selbstfahrer bereit. Das Ertragsniveau liegt in dieser Region zwischen 40 und 50 Tonnen je Hektar. Was war das Pflanzen? 2,5 bis 3. 40 bis 50 Hektar ernten. Boah! Eiii! Das hätte ich nicht gedacht. Krass. Das ist ja krass. Das ist ja 15-fache. Kommt er raus? Krass. Unterwegs mit dem Lohnunternehmen Henkel. Mit diesen Eindrücken endet dieser Kurzfilm aus dem Frühjahr. Verrückt. Für weitere Informationen zum Betrieb die Website unter www.lou-henkel.de Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Unterstützung mit einem Like und Abo dieses Kanals. Ach, war wieder schön, ey. Muss man einfach sagen. Immer schöne Bilder kriegt man hier. Echt gute. Sind schon Profis, die Jungs hier. Landtechnik-Videos, das sind schon Profis. Immer tolles, bildgewaltiges Material. Kann man echt nichts sagen. Na gut, aber wir sind erst mal fertig. Ihr könnt gern vorbeischauen bei Landtechnik-Videos. Links unten in der Videobeschreibung. Lasst uns auch gern ein Däumchen-Abo da, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Reaction. Tschau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.